Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Let's Play FIFA 14 Karriere! Mit dabei der Niklas! Hallo! Hallo! Motivation! Hallo Senoritas! Und zwar Karriere, wir haben Mainz 05 genommen, wir heißen Herr Bratbaum. Ganz normaler Name. So heißt jeder Zweite bei uns, genau. Wir haben sehr viele, die hier oben Bratbaum heißen. Auf jeden Fall nicht lange labern, wir fangen jetzt einfach an und wir machen Orakel. Das heißt erstmal werden jetzt alle drei Tage ein Video kommen. Und sobald wir die Bundesliga eingeholt haben, also hier ist jetzt der erste Spieltag, in der richtigen Bundesliga ist jetzt der neunte. Ja, kann sein. Achte. Achte, glaube ich. Äh, achte. Und sobald wir das eingeholt haben, wird nur noch alle Woche ein Video kommen. Und zwar immer genau eine Stunde vor dem Mainz 05er Spiel. Also wenn die Freitags um 19 Uhr das Spiel haben, äh, um 20.15 Uhr, dann kommt das Video um Freitag um 19.15 Uhr. Wenn das Spiel Sonntags um 15.30 Uhr ist, dann kommt das Video um 14.30 Uhr. Aber den Rest kann man sich denken. So. Guck mal, voll cool. Rechnen. So, dann spielen wir jetzt einfach mal. Niki, komm mal rüber. Wir spielen zu zweit natürlich. Ne. Auch Profi, acht Minuten. Haha. Profi. Wir werden, wir werden so gewinnen. Wir sind die Profis. Ja, wir sind nämlich Profis und deswegen werden wir gewinnen. Wir haben nämlich den Ede. Wir haben den Ede. Den Eder. Meister Eder. Ja, den Meister Eder. Es ist so schwer. Ich will da durchlaufen. Ja, du darfst nichts umlaufen. Oh, das Spiel. Du bist so ein Lackerner. Du bist so ein verkackter Lackerner. Hahaha. Ja, genau. Nein. Aber hast du den Skill gesehen? Ja, das war total Skill, Niki. Alter. Sie. Du hast ja nicht mehr mit der Drübbeltaste gemacht, wie es gesagt wurde, ne? So. Ich bin blau, Niki ist rot. Ich bin wie immer blau. Hahaha. 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 Okay, Niki, lass richtig spielen, okay? Nee. Weil Profi, also Profi ist echt schwierig. Vor allem, äh. Oh, hallo. Ich will aber den spielen. Oh, Niki. Man zieht den Ball nicht. Wo laufe ich lang? Oh. Was machst du denn? Hol dir den Ball. Nein. Niki, lass das. Ohne Witz. Nee. Du hast keine Ahnung von dem Spiel. Pfff. Muss mir von dir sagen lassen. Nee, ich bin frei. Lauf doch den Ball entgegen. Das laden wir bei den Fabinis. Toll, Niki, fass dich im Abseits. Was spielst du mir auch so dumm aus? Ja, was soll ich denn sonst machen? Da stehen vier Abwehrspiele. Zwar knapp im Abseits. Knapp. Ja, minimal. Aber nicht weit. Nee. Aber mit dem PC ist es so klein. Ja, ne? Ich guck mal, ob ich mit dem Beamer anlaufen krieg. Schuss. Alter, der war nice. Schuss. Nein. Oh. Schieß. Nein. Ja. Nein. Oh. Alter, was war das? Wie so ein Hund geschickt. Ja. Au. Falschbastik. Okay, komm Niki, das schaffen wir aber, oder? Wir sind deutlich am drücken. Am drücken. Niklas, lass es doch. Das war keine Absicht. Nein. Hol dir doch den Ball. Iiiiiiiiiiiiiiii. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgt. Und denn? Oh. Lol. Alter. Wann, was machst du? Ja, dann. Den Ball holen. Hier. Komm, lauf dich links, rechts rein. Da. Lauf doch weiter. Gut, Niki, toll. Ja, egal. Jetzt sind wir ein Stück weiter vorgekommen. Ja, und der Racer. Und er rennt zurück. Ja, und der Racer. Was? Wint da? Mach da. Wird mich verarschen. Was machst du denn für ein Kling? Wie langsam ist denn der? Wie langsam ist denn der? Wie langsam ist denn der? Flanke in die Mitte. Oh, der war nice. Das war eine gute Flanke. Hast du Schuss gedrückt? Nein. Oh, ok. Komm, aber die machen wir alle, oder? Easy peasy. Easy peasy. Gut, Niklas. Toll. Ich hab nach unten gedrückt. Du hast nicht nach unten gedrückt. Du hast nicht nach unten gedrückt. Du hast nicht nach unten gedrückt. Ne. Sag mal. Niklas. Das ist so kackig. Niklas. Die Fans rufen FSV, hörste? Das heißt, die Gegner müssen jetzt ein Tor schießen. Niklas, pass doch mal. Oh, das bin ja nicht hoch. Du stehst im Abseits. Nein, stehe ich nicht. Nein, stehe ich nicht. Nein, stehe ich nicht. Aber dieser Rettung. Köpfe, 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 köpfe. Niklas, weißt du wie man köpft? Ja. Ja, warum köpst du denn nicht? Weil ich gerne mag. Niklas, renn doch nicht vorbei. Oh. Alter. Warum rennst du denn an einem Spieler, an einem Ball vorbei? Nee. Ja. Ich bin der Profil, du weißt das. Nils, ich bin der Profil, du weißt das. Ja. Hol dir. Oh. Nicht vorbeilaufen, Niki, den Ball holen. Und die Situation ist... Nicht vorbeilaufen. Was war das? Oh. Niklas, oh Mann, konzentrier dich doch mal. Ja. Komm, also, was ist eigentlich dein Tipp? Oh. Also, wir wollen noch schnell Tipps sagen. Ich sag 1,051. Nein. Ja. Lauf, Niklas. Lauf. Schieß, schieß, schieß. Oh. Nein. Schieß doch mal. Nein. Schieß du mal, wer der Profi ist, ne? Ja, total. Der Profi, der seinen Ausstattstuhl verliert. Ja. Deck mal deinen Manda. Du hast 2. Deck beide. Oh, tschack. Kopfball. Alter. Ja, was ist das denn für ein Pass? Ups. Ne, hier rennt nicht vorbei. Nein. Oh, Alter, der Topper ist so geil, ne? Super. Ja. Ja, komm. Ja, die Pfanne. Hier. Zu mir. Zu mir. Lord, was macht er denn für besser? Was macht er denn für besser? Ja. Ja. Guck, gelb für dich. Ja, für dich. Da gibt's ne Verwarnung. Da gibt's ne Verwarnung. Gelb. Rausch. Ja. Hier. Niklas. Hier. Du bist so ein Gesichtsbaum. Hier. Der hat schon... Lustige Holzhacker. Das haben die schon letztes Jahr gesagt und vorletztes. Warum drückst du mal... Okazaki. Okazaki, der ist schnell. Ohhhh. Sorry, aber scheiße. Guck mal schneller. Niklas. Warum läuft er eigentlich von dem Gegner vorbei? Toll, Niki. Gut. Ich hab wenigstens schon ne Torchance gehabt. Was machst du für den Käse? Oh. Na, da hab ich so nen Ball gekriegt. Warum hab ich ihn dann? Ich bin durch. Niklas. Sag mal, was machst du eigentlich? Wie sieht er das? Cool. So. Ja. Oh. Ich wollte Köpfen und dann wechseln. Ey Niklas jetzt. Konzentrier dich, komm. Ich kann doch auch nichts dafür. Was ist dein Tipp? 1-1. Konzentrier dich. 1-1 für uns. Boah. Tricksal, Alter. Aaaaah. Schade. 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 Und. Boah. Mach nen Schuss. Der Sotto. Das ist mal ganz hart gesotto. Hier im Deck ich. Zu. Damit du nicht kalt wirst. Ja. Genau. Oh. Niklas. Mach lieber ruhig. So dann dafür lieber so nen präzise Pass mit den da. Ja. Das war ein präziser Pass zu meinem Spielen. Ach. Also beim Ort schotzen, ne? Ja. Okazaki. Niklas. Da war... Renn doch Nils! Niklas kannst du nicht rennen. Ja. So schnell müssen Spieler sein. Ah, der ist ja ungestalter. Hast du... Leuch. Ach, abseits. Ja, das sieht jeder, klar. Ja, das sieht jeder, klar. Klaas. Easy Ritze. Easy Pukanski. Der hat schmach gesagt. Ich geb ihm jetzt schmach. Gut. Oh. Oh. Hey, mach dich mal ruhig. Die ganze Zeit lassen bei so Pässe, ne? Oh. Gut. Ach, Niklas. Im Ernst jetzt? Ja, wenn da fünf Stück hinter mir stehen. Dann nimmst du ihn an und kommst nach hinten an. Und kommst nach hinten. Und kommst nach hinten. Lauf doch mal, was machst du denn? Der ist so, so langsam wie ein Stück Scheiße. Ja. Lol. Lässt er den Ball liegen? Der ist so, so schlimmer zu sein, als zunächst vermutet. Man brennt sich mal einen Blick nach vorbei. Alter, wie langsam die die Ballannahme haben. Oh. Lauf mal mit ihm da oben mit. Ja, da kommt was auf uns zu. Gut, das darf ich hören. Toll. Mag er Quark. Alter. Das kann ja wohl nicht sein. Niki, hol dir den. Boah, was ein Schuss. Boah, der war. Wuii. Lauf, Niki. Lauf doch, oh, Niki. Alter, wie langsam der ist. Wie... Paul. Aber von denen, ja. Niki, was wird denn das? Was? Ich... Jetzt bin ich zu blöd zum Scheißen. Und zack. Okay. Meine Vorlage war das. Guck jetzt, wenn wir nämlich alle vor... Hier. What the... Wie nimmt denn der... Nils. Als Paul. Nils. Der nigger Baum heißt Nils. Alter, lern mal FIFA zu spielen, ey. Keine... Ja, du musst... Du wolltest mir ja schon immer mal Unterricht geben. Was ist aber 14 Euro pro Kunde. Alter. Das war ein... Moin. Dcreed ich mir. Ah... Niklas, dem Ball entgegen... Niklas! Hey, ich hab gesagt 1-1. Das wird 1-1. Jetzt dräng dich einfach an, Junge. Ich weiß, dass ich da viel verbringe bin. Du musst du mir nicht sagen. Niklas, im Ernst? Ich hab zu dir gespielt. Ja, seh ich. Was? Niklas. Du, genau. Die sagen auch. Das stimmt. Wenn er da so reingehen, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt's kein Verton, der Friedrich, der liegt richtig mit seiner Einschätzung. Hallo. Oh, der war nice. Flanke. Oh. Schöne Flanke. Schön. Ja, wo stehst du auch? Da vorne stand ich, aber du spielst lieber zu mir. Äh, mimi, mimi. Jetzt haben sie doch tatsächlich kurz vor der... Oh, komm, die krallen wir uns. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung. Die sind immer noch gekleckt. Weil ich es nicht drauf hab. Oh. Zack. Der war nice. Hä? Hast du das gerade gesehen? Du bist so schlecht, Mann. Hast du das gerade gesehen? Das ist die geile FIFA-Engine. Toll. Nicht am Gegner vorbeilaufen! Sag mal, Neil. Wie scheiße bist du eigentlich? Warum kann ich kein Tor-Judo machen? Es kam irgendwie streng an. Lauf doch weiter! Ich dachte du läufst! Ich dachte du läufst! Hey Juckel! Juckt's dich? Alter! Wie der mich umholt! Junge! Flanken! Kreis! Oh der scheiß Torwart! Warum haben die eigentlich einen Torwart? Rutz haben wir eigentlich einen. Rutz haben wir eigentlich einen, der hält eh nichts. Niki nicht auf dem Wienkler vorbeilaufen und die ganze Abwehrart wegreißen. Okay? Gute. Nicht easy. Alter, wie langsam, wie labran brauchen der? Gut, toll, stark! Ja, gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ach Niki, wir sind übrigens rot. Ja, das war ja ich. Ne, wir sind weiß. Das erklärt alles. Ja, 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 ja. Loll! Was machst du da? Oh! Der Ton! Nils, der war extra für dich bestimmt so. Ja, und da spielst du auf den Pfeilschnellen Nicole Janoreski. Wer eine Pace von 20 hat oder so was. Pace-Hure! Pace-Hure! Ja, mit 20. Das macht's ihm alles 100. Alter, Niki, lass es doch! Ich hätte nicht so eins getrunken. Meinen drei. Wo? Ruppig! Geiler Rutz! Pfff! Diese tolle FIFA-Engine! Nein, das war gerade dein Fehler! What the fuck? Nee, was? Diese geilen Pässe von den tollen, guten Spielern! Ich glaube... Nein! Loll, das machst du auch oben. Oh mein Gott! Guter Ratz! Guter Ratz! So! Ey! Kann man sich jetzt umgehen? Oh! Alter! Was! Geil! Boah! Der fährt! Sehr gut! Toll! Ja! Danke! Danke! So, jetzt! Der entscheidende Sturm! Der entscheidende Angriff, der das ganze Spiel entscheidet! Wie langsam die sind! Boah! Alter, wie lang brauchen wir das zum Kacken, ey! Leitner! Also ich muss einfach sagen, Mainz ist die schnellste Mannschaft durch jemals! Was? Der Schiedsrichterassistent hebt die Fahne! Ja! Deutlich! Deutlich abseits! Ja! Ja! Der Kommentator, der hat's mitgekriegt! Das war deutlich abseits! Was machst du eigentlich? Die tolle Engine mag ich sehr! Das war dein Federspaß! Ja! Die mag ich gerne! Ah! Niklas! Du bist zu dumm zum Scheissen! NAH! Niklas! Da bist du dumm zum Scheissen! Lauf! Lol, ey! Ja, nein! Alter, deine Pässe. Das muss ich mir von dir nicht anhören, Nicky. Und? Alter, wie langsam die sind! Habe du gesagt? Ne, will ich mal ein. Ja, was willst du denn? Ja, für den Bayern toll, ist ja spannend. Lol! Nicky. Du bist so ein Hampelsoßen, Mann. Habe ich, äh... Es gibt nochmal frischen Schwung in Form einer Auswechslung. Natürlich soll jetzt in erster Linie die Führung verteidigt werden. So, Nick, jetzt vor. Gut, Nick, das ist toll. Warum passt du denn? Toll. Stark. Mit Bayern. Jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Die sind nicht langsam oder so, ne? Ne, die sind voll schnell. Das sind die Pfeile des Nordens. Ja, wie der dazwischen geht, so macht man das. Alter, da ist ja mein... Alter, wie langsam! Okay, aber das ist die Herausforderung, wenn ich nicht gehe. Voll die Herausforderung, wenn wir ein halb so schnelles Team haben. Ja, das warst kein Foul. Der war aufs Maul gefaul. Alter, was macht denn der? Die sind so krank schnell. Ja, die meint's halt, da kann man gar nicht hinterher gucken, das ist das Problem an denen. Alter, macht das Sinn? Die sind so scheiße. Nee, ich will spielen die andere Mannschaft. Nein, ich will spielen die. Nein. Komm, gegen Stuttgart 2-0, das geht voll in Ordnung. Ist ohne Witz so. Toll, wie schnell! Stark! Stark! Holt ihr doch, Niklas! Was macht der? Der rennt nicht... Der kuschelt. Der kuschelt. Alter, der rennt eine halbe Stunde hinter dem her. Wann hab ich weggegrenscht? Nicht vorbei rennen, Niklas. Alter, es kam ein bisschen Rucke. Gut, Niklas! Boah, Alter, die sind so schnell! Servus Lesnus! Der Erbärmnis ist verletzt. Und der da unten ist verletzt, der ist ja gut. Im Ernst? Was hat mit der heute gemacht? Dass der sich verletzen darf. Boah, schön ausgefangen. Ja, schön, Niki, stark! 6 und 8, 6, der Scheiße. Ich würde sagen, das nächste Spiel stellen wir mal auf Halbprofi um, okay? Ach, Alter, Alter, das stimmt. Okay, also Profi sind wir einfach nur nicht. Ich meine, wir sind schon lange... Ich meine, wir sind schon lange... Ja, eben, wir stellen mal auf Legende, okay? Ja. Das ist ganz leicht, Legende. Ach, das bin ich. Oh, lol. Ich hab dich gesehen, wenn ich das. Und? Niklas. Really? Really? Es kommt noch ein Tor. Niklas! Niklas! Weg damit! Ich hätte schon jetzt volle Kameraden. Nein! Wenn ich ihn mit den Sperren müssen wir im nächsten Spiel spielen, dann werden wir noch besser. Ich bin so, 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 so. Trotzdem ist der Gegner zuerst dran. Ja, ich schieß mich selbst ab. Schieß doch! Oh, diese Geschwindigkeitsbestien. Ja! Nein! Der lässt den Ball liegen! Der lässt den Ball liegen! Der lässt den Ball liegen! Ja, der läuft ins Ausbruch. Lol! Och, Negi, was machst du eigentlich? Guck mal. Ja! Ja! Geil! Okay, Leute, dann, ja, 3-0 verloren. Ich glaub, wir stellen mal auf Halbbrüchen. Äh, das hat einfach keinen Zweck. Wir haben Stuttgart. 5 zu 9 und ich hab ungefähr 4. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Ähm, okay. Leute, dann, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab 5-0 verloren. Kannst du mal die Fresse halten. Damit sind wir Tabellen Drittletzter. Stark, okay. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wie gesagt, in drei Tagen. Ähm, schaut euch auch unsere anderen Let's Plays an. Wenn's euch gefallen hat, gebt ein Like. Oder abonniert uns doch einfach. Und Leute, dann vielen Dank und bis Tschüss. Tschüss.